Was wäre dabei rausgekommen, wenn du in den letzten vier Jahren, also einen ganzen Halving-Zyklus, jeweils am Monatsanfang 10 Euro in Bitcoin investiert hättest? Ich habe mir mal kurz die Mühe gemacht und dazu mal eine kleine Tabelle gemacht, angefertigt. Die beginnt jetzt am 1. Juli 2019. Da stand dann der Bitcoin-Kurs bei 11.900 Dollar. Ja, und beim Investment von 10 Dollar hätte ich dann 84.033 Satoshis bekommen. Und wenn ich den Preis vom 1. Juli oder von den ersten Monaten, Tagen im Juli einfach mal von 31.000, das nehme ich jetzt einfach mal als Ausstiegskriterium, den annehme, dann wären daraus 26,05 Euro geworden. So, und das mache ich für jeden 12-Monats-Zyklus. Wie schon gesagt, der beginnt jetzt hier, weil wir uns jetzt ja im Juli befinden, nicht mit dem 1. Januar, sondern immer mit dem 1. Juli. Ja, also beginnt dem 2.3. Quartal des Jahres bis zum 1. Juni des Folgejahres immer 12 Monate. Also wir hätten jetzt quasi die letzten 4 Jahre investiert. So, und ja, was ist herausstechend dabei? Am 1.5., am 1. Mai 2000 hätte ich quasi dann den, oder am 1. April 2000, hätte ich dann relativ viele Satoshis für meine 10 Euro bekommen. Die wären dann, ja, 48 Euro wert. Das wäre sozusagen der beste Einstiegspunkt gefunden, wenn ich meine 10 Euro für die ganzen 4 Jahre komplett dann investiert hätte. Die 48 Monate hätte ich 2.300 Euro. Gut, das wäre natürlich der Best-Case gewesen. Ich glaube, das war hier auch der Corona-Dump gewesen, wo im Prinzip die ganzen Märkte nochmal nach unten gecrasht sind. Ja, und am schlechtesten hätte ich es getroffen. Wo haben wir es am 1. November 2021 mit 63.200 Dollar. Ich bringe jetzt Dollar und Euro einfach mal so ein bisschen durcheinander. Ist klar, dass wenn ich jetzt hier in Euro investiert hätte, hätte ich jetzt 10 Dollar reinstecken müssen. Die Preise sind auch nicht ganz exakt, also plus, minus, 3, 2, 3 Tage. Ja, aber im Endeffekt ist das Prinzip klar. Mir geht es also darum, einfach zu gucken, okay, 63.000, wenn ich da 10 Euro reingesteckt hätte, wären daraus nur noch 4,90 Euro. 90 hätte also über 50% Verlust gehabt und mein Geld wäre dann im Prinzip von 480 Euro, die ich reingesteckt hätte, nur noch 235 Euro wert. Das wäre der Worst-Case gewesen. Ja, und die aktuellen Werte jetzt vom Juli habe ich hier einfach mal aufsummiert, also für diese 4 12-Monat-Zyklen, also Mitte 2019 bis 2020, 2021 bis Mitte 2022 bis, ja, 1. Juni 2023. So, und wenn ich dann das, was aus den 10 Euro hier geworden wäre, hier zum Beispiel für den, für den ersten Zyklus, ja, wo ich Bitcoin hier teilweise unter 10.000 in den meisten Monaten hätte kaufen können, dann wären, hätte ich statt 120 Euro 435, das war, wäre sozusagen rückblickend der beste Investitionsmonat gewesen. Im nächsten 12-Monat-Zyklus wären es nur noch etwa 200 Euro gewesen, aber immer noch ein Plus. Ja, 21, 22, da hätte ich jetzt tatsächlich, wo Bitcoin bei 60.000 herum war, da hätte ich jetzt am Spike des Bullruns, da hätte ich jetzt aus den 120 Euro, ja, im Prinzip nur noch 87 Euro wären übrig geblieben, dann hätte ich ja tatsächlich hier einen Verlust gemacht von 32 Euro und wenn ich seit einem Jahr gehodelt oder Cost Average gespart hätte mit meinen 10 Euro, wären aus meinen 120 Euro 172 geworden mit 52 Euro Gewinn. Ja, ja, und unterm Strich hätte ich dann statt 480 Euro, wenn ich also diese simple, blöde Taktik angewendet werde, ganz einfaches Cost Average sparen, nur mit 10 Euro, die hat man, glaube ich, zumindest am Monatsanfang hat man die übrig, dann wären daraus ja fast 900 Euro draus geworden, 417 Euro Gewinn. Ich hätte meinen Einsatz nicht ganz verdoppelt, aber ich hätte auf jeden Fall ein bisschen der Inflation entgegengewirkt. Ja, ich hätte keine 2300 Euro, ja, das Hoch trifft man nicht, ich hätte auch nicht nur 235 Euro, das Tief trifft man auch nicht unbedingt, zwingend, obwohl viele natürlich, gerade wenn die Preise steigen, dann aufspringen viele Retailers insbesondere und dann kommt der Bärenmarkt und, ja, erfahrungsgemäß, etwa ein Jahr danach kommt dann im Prinzip der nächste Tiefpunkt, ja, aber wenn ich halt mir keine Gedanken mache, quasi den stressfreisten Weg durch das Cost Average Verfahren gegangen wäre, dann hätte ich hier 417 Euro Gewinn in den 4 Jahren angesammelt mit meinen 10 Euro. Das als Hintergrundinfo, was auch nochmal interessant ist, das ist ja quasi der erste Zyklus, das Halving war hier am 1. Mai, habe ich das jetzt angesetzt, etwas eher, glaube ich, aber das ist der Zeitslot, also da war Bitcoin nah beim Tiefpunkt und wir befinden uns ja noch vorm Halving, also wir haben da noch ein paar Monate Zeit und kein ganzes Jahr mehr, dann ist das wieder soweit, das heißt aber rückwirkend, wieder war das 2019, 2020, ja, sehe ich, dass die Preise hier noch 5-stellig waren und sind dann runtergegangen, gut, das war natürlich auch der Corona-Dump, ja, dem war das auch so ein bisschen geschuldet, aber wenn ich mir einen langfristigen Chart angucke, also es könnte durchaus sein, dass wir, weil wir uns ja in dieser Seitwärtsphase bewegen, auch nochmal, ja, tiefere Kurse sehen, aber man sieht hier im nächsten Zyklus, da sind die Kurse schon wieder 5-stellig und dann geht das auch schon los, wenige Monate danach, dann in den nächsten Bullrun-Spike, wir hatten ja einen Doppeltop 2020, 2021, da hatten wir ja da, im Mai hatten wir nochmal fast 60.000 und dann nochmal im November fast 70.000 Dollar gesehen, ja, also vielleicht ist das auch diese Liste so ein bisschen auch eine ungefähre Entwicklung, zumindestens die Tendenz, wie sich der nächste Bullrun entwickelt, ja, No Financial Advice, es kann alles ganz anders sein, auch hiermit hat keiner gerechnet mit der Corona-Geschichte, ist auch die Frage, was passiert jetzt mit den kommenden ETFs, ist das positiv, weil die Institutionellen einsteigen, wie BlackRock und Code oder werden dann durch Regularien quasi die On- und Off-Rams in Krypto zugemacht, also versucht man die ganzen Konkurrenten auszuschalten, die Fiat in Krypto tauschen und umgekehrt, um da eben mehr Kontrolle über die Bewegung im Krypto-Bereich zu bekommen, insbesondere der Kauf von Krypto, ist das positiv oder negativ, das wirkt sich vielleicht auch auf den Preis aus, ja, aber darüber wollte ich jetzt gar nicht so lange reden, also nochmal zusammengefasst, aus 100, aus 480 Euro, 10 Euro im Monat in vier Jahren wären 897 Euro geworden, 417 Euro Gewinn, finde ich interessant, wollte ich gerne mit dir teilen und damit bin ich am Ende, danke für deine Aufmerksamkeit, viel Spaß beim hoffentlich kommenden Bullrun und wenn du magst, bis zum nächsten Mal, ciao.